Ich wollte mich nochmal für die 2000 Abonnenten bedanken. Am Start haben wir hier ein Rap von den Kobi erstellt. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zum Chris, also den Kobi, und zum Song, wo ihr natürlich auch herunterladen könnt. Lehnt euch zurück und hört's euch einfach an. Alle guckten zu schief und dumm, denn Antonio bewiesst allem, was er drauf hat, sein Talent und seine Art. Mann, die hängen alle! Sie nahmen das alles einen Lauf, später merkten sie es, doch ich mein, wer ist so cool, er fühlt sein Klo-Sachmahl. Doch, als wäre das schon alles gewesen, sogar eine Gay-Dot-Grille ist am Start. Ihr könnt euch doch sicherlich adennen an meiner Gay-Dot-Grille. Alter Mann, unschlagbeinfach. Einfach strange und verrückt, der Junge ist ein Mitjahrzehnt des 2000 und der bleibt sportlich und kreativ. Selbstbewusst, ja, das ist er allemal und gegen Hacker klingt dieser Junge keine Gnade. Ja, verdammt, denn der Junge hat's gepackt, denn die 2000 sind dann einfach riesige Knack. Es geht erst zu dem H, zu dem AD, ein Doh, es ist dead zu dem Shadow. Ja, verdammt, denn der Junge hat's gepackt, denn die 2000 sind dann einfach riesige Knack. Es geht erst zu dem H, zu dem AD, ein Doh, es ist dead zu dem Shadow. Ja Mann, äh, auch wenn ich jetzt hier wirklich alles andere als gut war, wünsche ich dir auf jeden Fall trotzdem alles Gute und, ähm, herzlichen Glückwunsch zu den 2K. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht und, ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute auf deinem Weg in YouTube, auf YouTube und, ähm, ja, würd's nur noch sagen, hau rein und wir reihen uns ja im TeamSpeak. Bis zum nächsten Mal.